Wenn ihr in Destiny 2 unterwegs seid und wollt in Raids guten Damage machen, wenig sterben und noch einen guten Ad Clear haben, dann habe ich genau das Richtige für euch. In diesem Video zeige ich euch drei Hunter Builds, womit ihr guten Schaden machen könnt, wenig sterbt oder kaum und guten Ad Clear habt. Sollte euch das Video gefallen, könnt ihr gerne einen Kommentar und einen Like da lassen. Und dann geht's jetzt weiter. Build Nummer 1 ist ein Damage Setup, was ich auf dem Hunter eigentlich jedes Mal spiele. Fangen wir erstmal mit der Super an. Hier spiele ich das Klingfeuer, eine sehr gute Ulti. Je nachdem, was ihr für einen Boss habt und wisst, okay, der hat jetzt eine große kritische Hitbox oder es wird eine Göttlichkeit gespielt, könnt ihr auch sehr gerne den Kanonemeisterschützen spielen. Aber wenn ihr vor allen Dingen auch mehrere Phasen habt, würde ich auf jeden Fall das Klingfeuer empfehlen. Diese Ulti ist schneller wieder voll und ist auch vor allen Dingen auch schneller wieder draußen. Man drückt einmal den Knopf und dann ist gut, man kann weiterschießen. Bei der Golden Gun muss man ja dreimal schießen. Dann habe ich waghalsiges Ausweichen dabei. Die drei Messer auf jeden Fall. Hier ist einfach der Vorteil, wenn ihr alle drei Messer kritisch im Kopf trefft, ist der Gegner meistens direkt weg und ihr habt den Nahkampf einfach wieder. Dann habe ich noch die Haie in der Granate dabei. Dann auf mein Zeichen als Aspekt. Hier bekommen wir einfach den Vorteil, wenn wir Präzisions-Toteststöße machen. Also auch mit den Messern. Bekommen wir einen Stapel von Handhabung und Nachladetempo, was richtig nice ist. Und wenn wir unsere Klassenfähigkeit aktivieren, haben wir direkt den maximalen Stapel. Und dann habe ich noch dabei Merzenida. Unsere Meisterschützen Golden Gun hat eine erhöhte Dauer halt. Aber wir hauen die eh direkt raus, deswegen ist das da nicht so schlimm. Unser Klingenfeuer schmeißt mehr Projektile, was mehr Damage ist. Und der Vorteil ist auch noch, wenn wir halt während wir strahlend sind, mit unseren Messern Gegner killen, dass wir halt unsere Messer sofort wieder bekommen. Dann Fragmente habe ich dabei Glut des Trotzes. Dann habe ich noch Glut des Empyrianers. Dann habe ich noch Glut des Versengens. Und dann habe ich noch dabei Glut der Asche. Und dann habe ich noch Glut der Fackel. Wenn wir Gegner mit unserem Nahkampfangriff nur treffen, also mit den Messern, werden wir strahlend. Das muss man nicht unbedingt drin haben. Wenn man vor allen Dingen einen Warlock halt mit einem Brunnen dabei hat, wird man automatisch strahlend. Ich habe es halt gerne dabei für den Adclear, dass ich mich halt selber strahlend mache. Hier kann man aber halt ein bisschen rumspielen. Zum Beispiel kann man hier noch Glut des Strahlen reinnehmen. Wenn man jetzt weiß, okay, der Gegner ist jetzt nicht so groß oder ist ein bisschen weiter weg, wie zum Beispiel jetzt bei Krota, die Hexe. Nehme ich das sehr gerne rein, weil einfach dann die Projektile eine bessere Zielerfassung haben und nicht alles daneben geht, wenn ich Klingfeuer spiele. Man kann auch noch Akkus spielen. Hier ist aber haltet das Problem, dass immer nur ein Hunter, wenn ihr mehrere Hunter seid, nur Akkustab spielen kann. Akkustab macht an sich mehr Schaden als die Solarsuppa, weil wir haben einen großen Impact Damage, wenn das Ding einmal sitzt. Und dann der Tick Damage danach. Spielt ein zweiter Hunter Akkustab und haut den zum Beispiel nach meinem Akkustab rein, kriegt er nur den Impact Damage, aber nicht den Tick Damage danach. Was leider ein Damage Verlust ist, deswegen sollte man sich vorher absprechen, okay, spielst du Akkustab oder eher ich. Aber hier nochmal kurz, ich habe halt den Akkustab drin, ich habe den Komboschlag drin, wackersäges Ausweichen, die Impulsgranate, die ich dann auch immer mit draufschmeiße, weil die guten Damage over Time Schaden macht. Dann habe ich Tödlichen Sturm als Fragment, Flow-Zustand und dann habe ich halt noch Funke des Schockes, dass wir Gegner aufschrecken. Funke des Feedbacks, wenn wir Nahkampfschaden erleiden, erhöht sich kurzer Zeit unseren Nahkampfschaden nochmal und wir kriegen Belastbarkeit drauf. Das ist für den Edclair davor ganz gut. Wenn wir ein aufgeschrecktes Ziel töten, bekommen wir eine Ionische Spur. Durch die Ionischen Spuren bekommen wir halt schneller unsere Fähigkeiten wieder und das ist halt echt nett für den Edclair davor. Und dann halt nach Funke der Resistenz, wenn ich von Gegnern umgeben bin, bekomme ich weniger Schaden. Aber das ist nur die Alternative. Gehen wir kurz zu den Mods rüber. Auf dem Kopf habe ich schwere Munitionsfinder plus Speer. Dann bin ich ein sehr großer Fan von strahlendes Licht. Wenn wir nämlich unsere Super aktivieren, erhöht sich die Rüstungsladung von einem Verbündeten im Umkreis um einen. Und wenn die einen anderen Fokus drin haben als wir, also jetzt zum Beispiel Solar und die anderen haben jetzt Leere drin oder so, dann bekommen die sogar zwei Rüstungsladungen. Und wir wissen ja, Rüstungsladungen sind gut dafür, um unseren Damage zu pushen. Man kann auch noch mächtige Freunde reinnehmen. Auf den Händen habe ich schwerhändig auf jeden Fall dabei, dass die ganze Zeit Sphären mache mit meinem Nahkampf. Dann habe ich noch Einschlaginduktion. Wenn ich Nahkampfangriffe mache mit meinen Messern halt, bekomme ich meine Granate schneller wieder. Und Kinetiklader habe ich dabei. Kinetikwaffen haben eine erhöhte Nachleiderate. Das ist halt noch wichtig für die Waffe, die ich spiele. Und dann habe ich hier zum Beispiel noch aufgeladen drin, dass ich einfach eine Rüstungsstapel mehr habe. Wo ich dann nicht nur drei habe, sondern vier. Und die jeweils halt 15 Sekunden laufen. Man kann auch drei nehmen, weil man weiß, okay, die Damagephase, die wird eh nicht so lang. Wie zum Beispiel in Ron, der Kabal mit der Planetenphase. Da ist leider die Damagephase nicht so lang. Also da würden auch drei normale Stapel reichen. Da kann man zum Beispiel nochmal einen extra Solarwiderstand mit reinnehmen, weil der ja viel Solar schießt. Und genau das Exo, was wir hier auch spielen, sind die Sternverschlinger. Hier können wir nochmal über unsere Super hinaus, wenn die aufgeladen ist, nochmal vier Sphären zusätzlich aufnehmen. Dann haben wir unten links und bei unseren Buffs das dann stehen. Dort sehen wir, ob hier vier Sphären drüber sind oder nicht. Und soweit ich das richtig weiß, wenn das noch so ist wie vorher, macht unsere Super den achtfachen Schaden wie vorher. Der Nachteil ist halt, wenn wir gestorben sind, sind diese Aufladungen leider weg. So, dann auf den Beinen habe ich dreimal Solarwoge drin, wo wir ja dann 15, 4 und 3% an extra Damage für unsere Solarwaffen bekommen. Das sind insgesamt 22%. Man kann natürlich sagen, okay, ich verzichte jetzt auf die letzten 3% und packe mir lieber was rein, damit ich nicht so schnell sterbe. Aber da wir mit Solar spielen, ist das eigentlich kaum der Fall. Zumindest hatte ich bisher kaum Probleme mit Solar. Und deswegen sind hier drei Solarwogen auf jeden Fall empfehlenswert für maximalen Damage. Dann auf dem Umhang habe ich einmal Zeitausdehnung, weil sobald wir nämlich eine Woge drin haben, hält unsere Rüstungsladung nicht an, sondern zerfällt mit der Zeit. Mit einer Zeitausdehnung haben wir eine 15-sekündige Rüstungsladung. Wie ich schon gerade sagte, werden halt nach 15 Sekunden wird die erste aufgebraucht, denn die zweite dann die dritte. Je nachdem, wenn wir mit vier haben, haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich würde es erstmal sagen, eine reicht. Dann mächtige Anziehung habe ich noch drin, sorgt nämlich dafür, dass wenn wir ausweichen, alle Sphären in der Nähe aufsammeln. Dadurch halt zum Beispiel, wenn wir auf den Beinen drin haben, dass wir Leben regenerieren, wenn wir das hier aufnehmen, direkt Leben bekommen. Oder halt auch unsere Damage-Woge sofort losgeht. Und dann habe ich halt einfach nochmal Bomber drin, dass die Granate einfach sich schneller wieder auflädt. Mein Artefakt sieht aktuell so aus. Hier finde ich eigentlich nur die letzten beiden Mods sehr wichtig, weil die halt dafür helfen, dass wir mehr Schaden machen können. Und vor allen Dingen, dass wir auch die Gegner schwächen, wenn wir mehrere Präzisionstreffer hintereinander gegen den Gegner machen. Zu den Waffen, hier habe ich einmal Izanagi. Dann Kalos Mini-Tool, einfach was für den Ad-Kill ganz gut ist. Man kann auch Double Special spielen und hier auch zum Beispiel direkt ein Fusionsgewehr benutzen mit Boss-Schaden. Oder halt wie ich das hier habe, ein Spurgewehr. Und dann habe ich hier einmal Apex-Räuber, den man ja aus dem Last-Wishits bekommen kann. Den kann man ja craften. Ich habe ihn in zwei Varianten. Und zwar habe ich einmal Wiederaufbau und Locken und Wechseln, also Bait and Switch. Und einmal mit explosives Licht. Vom Damage her ist Locken und Wechseln schneller. Denn hier geht es halt darum, dass man mit den beiden anderen Waffen vorher ein bisschen Schaden machen muss. Dann wechselt man auf diese Waffe und die hat einen erhöhten Damage. Aber dieser Damage-Perk muss auslaufen. Danach kann man erst wieder die anderen beiden benutzen. Wenn man weiß, man kann diesen Perk nicht wirklich procken, vielleicht weil auch die Muni leer ist, ich weiß es nicht. Packe ich mir zum Beispiel dann gerne explosives Licht rein. Hierdurch bekommen wir auch einen erhöhten Boost und zwar für jeden Schuss in der Waffe. Kommen wir zu Bild Nummer 2. Ein Bild, was wahrscheinlich schon viele von euch kennen. Hier bin ich auf Apex, habe die Sturmsammlung drin, waghalsiges Ausweichen, die Impulsgranate, tödlicher Sturm. Und dann haben wir noch im Flow-Zustand drin, Fragmente, Funke des Jogges, Funke des Feedbacks, Funke der Ionen und dann noch Funke der Resistenz. Dann auf dem Kopf habe ich schwere Munitionsfinder und schwere Munitionsspeer. Dann harmonischer Siphon und unser Exo. Wir haben hier Handschlag des Lübners. Wenn wir unseren Akkus Nahkampf benutzen oder wir werden von irgendeinem Nahkampf getroffen, können wir einen mächtigen Gegenschlag machen, der einfach, ich glaube, dreifach oder fünffach so viel Schaden macht. Ich weiß es gerade leider nicht. Und uns halten natürlich auch noch Halt. Dann schwerhändig. Dann Einschlaginduktion und Fokusangriff. Auf dem Oberkörper habe ich nichts Besonderes, halt irgendwelche Widerstandsmods. Da sollte man dann je nach vielen Aktivitäten, die ihr spielt, das halt anpassen. Auf den beiden habe ich Rekuperation, schweres Wort. Dann Akkusplünderer und dann halt noch Akkuswoge, dass meine Akkuswaffen, die ich halt drin habe, ein bisschen mehr Schaden machen. Aber das kann man halt auch anpassen, je nachdem, was man für eine Waffe drin hat. Dann mein Artefakt, wie folgt, vorher auch. Ich habe halt jede Champion-Mod drin und halt die letzten beiden, die für mich halt sehr wichtig sind. Dann Waffen habe ich den Ödländer drin, was eigentlich egal ist. Hauptsache wir haben eine Waffe mit Doppelpunch oder One-Two-Punch. Wenn wir mit jeder Schrotkugel, die die Waffe abfeuert, einen Gegner treffen, am besten macht man das, wenn man direkt vor dem ist, dann ist die Streuung nicht so stark, haben wir für kurze Zeit erhöhten Nahkampfschaden. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel noch Faustkämpfer drauf, wenn ich Gegner töte, kriege ich Nahkampfenergie und verursacht dann Nahkampfschaden, erhöht kurze Zeit die Handhabung. Ist ganz nett auf jeden Fall. Dann habe ich Trinity Goal oder Dreifaltigkeits-Goal dabei. Das Ding ist halt zusammen mit dem Cut einfach eine richtig gute Ed-Clear-Maschine, würde ich jedem empfehlen. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel noch Vendicoat drin. Ist jetzt kein God-Roll, aber ist halt eine Akkuswaffe im Heavy-Slot, die halt für den Ed-Clear richtig gut funktioniert. Also hiermit sind wir sehr viel im Nahkampf, wir werden aber auch richtig gut geheilt. Zum Ed-Clear absolut Job, auf jeden Fall. Kommen wir zu Bild Nummer 3. Auch ein Bild, was ich vor allen Dingen in Dämmerungsstrikes sehr gerne spiele, weil man hiermit nicht nur sich selber, sondern auch seinen Teammates sehr gut supportet. Apropos zu supporten, ihr könnt hier sehr gerne mal ein Abo da lassen, wenn euch das Video bis hierhin gefällt. Hier sind wir auf dem Lehrer-Hunter mit dem Schattenschuss Todesfalle. Der eine Schuss, der auf jeden Fall mehr Gegner anbindet und ein bisschen länger hält. Dann haben wir das wachhalsige Ausweichen drin. Wir haben unsere Vortex-Granate dabei. Aspekte, da haben wir den verschwindenden Schritt. Und wir haben Trapperhöhle dabei. Dann haben wir bei den Fragmenten Echo der Ernte. Dann haben wir Echo der Entkräftung. Dann haben wir noch Echo der Ausdauer. Und dann haben wir noch Echo der Obskurosität. Dann auf dem Kopf habe ich schwere Munitionsfinder und Speer und harmonische Siphon. Dann auf den Händen Nahkampf-Kickstarter, Einschlaginduktion und Fokusangriff. Dann auf der Brust, je nachdem was man halt gerade für eine Aktivität spielt, sollte man da den passenden Widerstand reinpacken. Plus wir haben noch das Exo drin, Omniorculus. Wir erhalten eine zweite Rauchbombe. Und wir bekommen eine Schadensresistenz, wenn wir unsichtbar sind. Und wenn wir unsere Verbündeten unsichtbar machen, noch dazu, wenn wir unsere Verbündeten unsichtbar machen, bekommen wir sofort Nahkampfenergie zurück. Wenn wir dann auch noch nicht nur einen, sondern vielleicht zwei oder drei Verbündete unsichtbar machen, bekommen wir eine ganze Ladung wieder zurück. Auf den Beinen habe ich einmal Rekuperation. Ich liebe dieses Wort. Sphäre in der Macht aufzunehmen, gewährt uns Gesundheit. Dann Regeneration, Sphäre in der Macht aufzunehmen, verringert die Abklingzeit vom Nahkampf. Und dann habe ich noch Stapelweise, dass wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, dass wir nicht nur eine Rüstungsladung bekommen, sondern zwei. Das passt perfekt mit Nahkampf-Kickstarter. Wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, haben wir eine Rüstungsladung. Und wenn wir dann den Nahkampf benutzen, verbrauchen wir unsere Rüstungsaufladung, bekommen aber im Zuge dessen auch nochmal direkt Nahkampfenergie sofort zurück. Und auf dem Umhang habe ich halt noch mächtige Anziehung, dann noch Reichweite. Wenn wir dodgen, bekommen wir direkt ein bisschen Nahkampf wieder zurück. Und wenn wir nach dem dodgen Gegner töten, können wir direkt eine Sphäre der Macht erzeugen. Das wachhalsige Ausweichen ist auch vor allen Dingen dafür da, dass wir in der Nähe von dem Gegner ausweichen, dass wir sofort auch eine Nahkampfaufladung direkt wieder fertig haben. Dann habe ich noch dabei einen Granatwerfer, der Verwirrungsgranaten schießt. Das ist einfach sehr praktisch, weil wenn wir diesen Granatenwerfer abschießen, damit ein Gegner treffen und alle Gegner drumherum werden halt geblendet, gehen weg, sehen nichts mehr und vor allen Dingen machen auch nichts mehr. Dann habe ich noch Limonark drin. Ich liebe diesen Bogen, vor allen Dingen im PvE, weil er auch über Ladungs-Champions stunnt. Und damit auch, finde ich, vor allen Dingen mit dem Damage-Overtime, es ziemlich einfach ist, über Ladungsgegner zu stunnen. Dann habe ich noch Apex-Räuber dabei, jetzt zum Beispiel mit dem explosiven Licht, weil das im Adclear oder so halt mehr Sinn macht. Aber da kann man eigentlich auch alles andere reinnehmen, je nachdem, was man vielleicht gerade für eine Woge anhat und was in der Aktivität für erhöhten Schaden aktiv ist. Das waren jetzt alle drei Builds. Wenn ihr wollt, kann ich das auch nochmal für den Warlock und den Titan machen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr zu dem Bild sagt, ob ihr vielleicht sogar noch andere besser findet und andere im Kopf hättet. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017